Leute, willkommen zurück zu StumbleGuys und da bin ich mal wieder und ja auf jeden Fall, es kam glaube ich ein Update. Hier kann man auf jeden Fall wieder ein paar Skins bekommen und hier beim kostenlosen Skin, den kann man kostenlos bekommen und ja, das werden wir auf jeden Fall gleich machen. Aber als erstes spielen wir eine Runde, also ein paar Runden und ja, die coolen Sachen, also die Skins machen wir am Ende. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Runde und dann machen wir Skins auf, also ja, Skins auf, äh egal, auf jeden Fall versuchen wir Skins zu bekommen. Und ja Leute, es gab schon länger kein Video mehr, also doch, ich habe leider gestern, ich habe es leider gestern nicht mehr geschafft, ein Video hochzuladen. Ja, ich habe es, also ich habe es noch geschafft, ich habe abends noch ein Video hochgeladen, aber das hat leider ein bisschen zu lang gedauert und dann, ja, habe ich das Handy hier halt ausgeschaltet und da konnte das Video nicht hochgeladen werden, ne. Und ja, deswegen kam das erst heute, äh, gestern um 7 Uhr und dafür kommt vielleicht heute noch ein zweites Video. Ist eine Überlegung wert, ich bin hier nicht hochgekommen, das ist schon sehr blöd. Oh, das ist schlecht gewesen. Ah, das war sehr schlecht. Ähm, aber Leute, vielleicht kommen heute zwei Videos. Ich, es könnte sein. Und schreibt mal immer gerne neue Roblox-Spieleideen, was ich nochmal spielen soll. Und Stumblegeist wird ein bisschen seltener kommen, also es wird auf jeden Fall kommen, aber nicht so häufig wie, ähm, Roblox und so Sachen. Ja, und Minecraft, ähm, live wird auch nicht mal so häufig kommen. Also es wird nicht so häufig kommen, aber manchmal wird es auf jeden Fall noch kommen. Genau, wir sind qualifiziert und mal gucken, was für ein, ähm, Spielmodus jetzt da ist, also was im Spielmodus jetzt ist. Und ja, die Skins sind sehr interessant auf jeden Fall. Es scheint ein neues Update, ähm, da zu sein, ne. Also ich muss eben ein Update runterladen, irgendwie so, ne. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall Inhalt, es wurde auf jeden Fall Inhalt hinzugefügt, neue Skins und in Backwood gefixt. Genau, das stand da auf jeden Fall. Und Lost Temple. Da haben wir einen guten Lost Temple. Ich finde die Map ganz cool. Aber, naja, ne. Mal gucken. Oh, die sind, die Dinger sind schon sehr gefährlich, ja. Und wir haben es geschafft. Ähm, das ist genauso gefährlich, ähm, wenn ich noch gefährlicher. Wir schaffen das einfach nicht, Mann. Wir werden nicht weiterkommen. Und jetzt komme ich nicht mal hoch. Nein. Nein! Jetzt falle ich auch noch runter. Das wird nichts. Nee, Leute, schaffe ich nicht. Oh, nein, nein, nein. Wirklich. Manchmal wiegt er sich nicht so. Das nervt ein bisschen. Aber, naja. Gut. Warum springst du nicht? Äh, egal. Gut, jetzt machen wir. So. Jetzt muss ich versuchen zu schaffen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich schaffe es aber nicht. Oh, das war knapp. Oh! Da kommt diese riesige Kugel. Ähm, ja. Gut. Ich warte mal, bis die Kugel rauskommt. Das könnten wir auf jeden Fall nochmal schaffen. Aber, ja, das haben wir geschafft. Also, wir sind im Finale an sich. So, ne. Das hätte ich eher, okay. Vielleicht gewinnen wir ja dieses Mal, das erste Mal. Ich bezweifle zwar, dass wir gewinnen werden. Aber, vielleicht. Äh, vielleicht. Das kann immer mal passieren. passieren. Und, als ich das erste Mal dieses Spiel gezockt habe, dachte ich, das wären alles Bots. Aber, das sind echte Spieler. Ja, gut. Dachte ich immer am Anfang hier. Aber, aber. Oh, gut. Ne. Ich würde sagen, einmal pro Woche vielleicht dieses Spiel. Also, Stumble. Okay, das ist cool. Da bin ich relativ okay drin. Jetzt nicht der Beste, aber, ja. Besser als in anderen Maps manchmal auch. Jetzt nicht in allen, aber so in manchen. Ne. Man sollte, glaube ich, nicht ganz nach vorne gehen. Okay, so. Gut. Okay. Oh, was hat der denn gemacht? Ne. Einer ist schon mal eliminiert. Also, das ist qualifiziert. Und, ich muss mal drauf springen. Und, wow. Ich habe mich rausgebackt. Okay. Sehr interessant. Vielleicht gewinnen wir jetzt das erste Mal. Das wäre schon sehr heftig, Leute. Aber, ich bezweifle so, dass wir es schaffen. Oh, das war knapp. Oh, das ist nervig. richtig. Das haben wir auch geschafft. Gut. Dann hier durch. Das. Also, es sind schon drei eliminiert. Also, das könnten wir schaffen. Das könnte schon sein. So. Ja. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Nein, 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 nein. Fliegen raus. Ja. Fliegen raus. Oh, nein. Ich bin rausgeflogen. Das ist richtig blöd. Eliminiert. Ja, ich verlasse das mal. Ne. Ich hoffe, es kommt keine Werbung. Und es kommt Werbung. So. Hier haben wir aber nichts Skins. Ja, das wird extra so gemacht. Juwelen. Aber mit Juwelen können wir auch Skins kaufen. Aber wie teuer ist das? 90. Okay. Wir müssen jetzt ein Video anschauen. So. Mal gucken, was wir bekommen. Und wir bekommen vielleicht ein Skin. Legendär. Aber den bekommen wir nicht. Natürlich nicht. Oh, Mann. Ich hätte Juwelen gern gehabt. Na gut. Dann gucke ich noch mal ein Video. So. Das ist jetzt zweiter Rad Glücksdreh. Und vielleicht bekommen wir jetzt ein Skin. Diesmal ein Skin. Da ist eine Banane. Legendär. Oh. Leider nicht. Leider Juwelen. Ist aber besser als gar nichts. Wir können noch zweimal ein Skin bekommen. Genau. So. Der letzte Dreh. Ich mache mal wieder leiser. Und vielleicht bekommen wir jetzt ein Skin. Boah. Das wäre heftig, wenn wir so viele Juwelen bekommen würden. Und wir bekommen ein Skin. Barret Duke. Ich mache mal ein Screenshot. Davon. Ne. Genau. Und das letzte. Das war gerade einfach eine vier Sekunden. Fünf Sekunden Werbung. Das ist heftig. Mal gucken, was wir bekommen. Wir bekommen ihn. Eine Marke. Eine Marke. Ist aber wirklich sehr schwach. Und leider fehlen uns genau fünf Stück. Um einen seltenen Skin zu bekommen. Aber gut, Leute. Ähm. Das war's mit diesem Juw. Ich wusste nicht. Wenn ihr wollt, lasst gerne ein Like bis mal wieder. Ciao. Kakao.